So, willkommen zurück zu Walking Dead, Season 2, ähm, kleiner Blick, jawohl, das passt alles. So, wir waren stehen geblieben, der Typ war gerade bei uns, ja. Guckt und genießt. Wir müssen die anderen finden. Wir können nicht rausgehen. Clementine, Sarah. Sie sagten mir über Pete. Sie wissen wo er ist, nicht wahr? Komm, wir gehen. Ein Mann war hier. Was? Was hat sie gesagt? Niemand kam in die Kabin. Was? Clementine mit ihm. Und du hast einfach die Tür für ihn? Hör dich, Rebecca. Hör dich? Ich hör dich. Du hör dich. Ich hör dich. Du hör dich. Du hör uns einfach, oder? Sie sagst die Wahrheit. Sie sagt seine Name? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vielleicht nicht er. Du wissen, was er war. Was ist das? Was ist das? Warum du sehr interessiert hast? Entschuldigung? Oder? Clem, sagst uns, was er sah wie. Was er hat. Was er hat? Was er ist anders? Was er wie alt? His voix war... Oli war sehr... Was er wie? Ich weiß nicht, sehr tief und schrattig. Er hat dich über dich gesprochen, Vater. Du wirst jemanden nicht schlussieren, sind Sie? Natürlich nicht, Sarah. Ihr Vater ist der beste Mann, das ich weiß, das ist warum er nicht so gut wird, oder nicht schluss, richtig? Du wißt du, dass diese Leute schlecht sind, Frau. Sie werden oder sagen alles, um uns zu schlussieren. Was denkst du? Er wird wieder zurückgekommen? Er hat eine Bildung von mir gesehen. Eine Bildung? Was warst du, wenn du eine Bildung hast? Carlos. Was? Du musst dich schlussieren, wenn du deine Frau schlussierst. Ich habe die Bildung. Das ist meine Schuld. Nein, sie hat nicht. Ich habe sie selbst. Sarah. Du bist schlussierst. Wir haben Glück gehabt. Er war nicht erwartet, dass wir uns finden. Clementine muss ihn überrascht haben. Sie hat nicht da gewesen. Aber er war nicht so gut, dass er mit dem Rest zurückgekommen ist. Aber er wird wieder mit dem Rest. Wir haben nicht viel Zeit. Er ist richtig. Alle, packen Sie auf. Wir gehen jetzt. Alvin, warten! We have to leave now, sweetie, before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Let's just go get your things. What does he want? To bring us back. Clem, I don't know what he told you, but William Carver is a dangerous man. He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with us. We have to leave, okay? We have to find Pete. We'll get him on the way out, Nick. Clementine, you know where he was, right? Yeah, all right. Everybody grab your stuff. Let's hit the road. Hit the road. I don't know. The street is so cool. Ooh. Now you said it was just up here? Yeah, just a little ways. Hey, Clem. Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. It's just a tough time right now, with the pregnancy and all. Why is Carver after you? After me? Oh, you mean us. It's a long story. He... He has a hard time letting go. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Alvin and I still don't know what to call her. Or him, if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? Morning, nigga. What you doing? What you doing? Red and gold. There. That's where we were. He's not in here. This was the last place I saw him. Maybe he's around here somewhere. Keep your eyes open and stay in sight. So, jetzt müssen wir ihn finden. Sherlock Holmes. Watson. Uncle Pete! Pete! Oh, ich kann nur gerade auslaufen. Anyone see him? Hmm. Oh, my God. What happened? What the hell happened? He's been shot. He didn't have a gun. Who did this? Son of a bitch. We need to go. He's gone. Nick, he... He's gone. You gotta get moving. Come on, man. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Tell me. Tell me how it happened. The last thing he said was he wanted to say goodbye to you. Fuck. Fuck. Yeah. I'm worried about that kid. Keep an eye on him for me, would you? You sure you still want to come with us? Look, I know we got off to a rough start, and I can't make any promises it won't get rougher. I have to look for Krista. She was headed north, right? Yeah. So are we. Look, you're gonna have a better chance of finding her with us than on your own. I figure we got about four or five days to reach those mountains. Now, if they're tracking us, we should be able to lose them up there. Five days? Five days later. See anything? She better see something. We've been walking for a damn week. There's a lift or something. Chairlift? Must be that ski resort. I've never been skiing. Beck and I would once. It wasn't pretty. There's a building on the mountain. What's it look like? It's big. That sounds like a good place to spend the night. There's the bridge. And does it look passable? I think so. Good. There's a little house by the bridge. How big is it? It's pretty small. We have to cross that bridge. Let's go. Hold on now. We can't all go sprinting across that thing, okay? We get spotted out there. We're gonna be trapped. Going around that lake will take too long. Right. But look, we've got no idea who's out there. Okay? I'm gonna sneak across, make sure it's clear before we bring the whole group over. You think splitting up the group is a good idea? Well, I never said it was a good idea, but it's better than risking everyone at once. What's your plan? Clement, I can scoot across slow and slow, make sure nobody's waiting for us on the other side. We'll have a tough time covering you from back here. Well, we'll just turn back if it gets hairy. Clementine should stay here. She's... She's what? She's just a little girl, Luke. She's a valuable little girl. I mean, hell, if she can sew up her own arms, she's fit to cross a bridge. I can do it. See? No problem. It's gonna be fine. Okay, we'll see you guys in 10 minutes. Just watch for a light at the far side. I can go, too. All right. You stay with the group. Good day. I'm fine, Luke. I don't like this. Yeah, well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, I'll cover you. Come on. Hey, uh, sorry about that. I just could really use your eyes, and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. They're just still on edge after the Carver thing. It's been five days. Why would Carver still be following us? What's the most important thing in this world? What does everyone want? Family. It's a tough world out there without people you can trust. Anyways, you can ask Rebecca, okay? I'm not gonna get in the middle of it. We've all made mistakes. Done things that we regret. It's not my place to talk about someone else's past, you know? Seems like we're already in the middle of it. Tell me about it. I don't want to shoot them. Too much noise. Let's take them. I like your style. Yeah. Klar. Ich bin meinem Hammer. Oh, yeah. Ich bin meinem Hammer. Ich bin dein Hammer. It should come free. I know. I've done this before, remember? In a shed. Nice work, kid. Ow. That's okay. They're coming. Okay. Okay. Der Luke. So, den Knar ist er gesichert. Oh, hinter uns auch. Oh mein Gott. Clem! Ich bin okay! Ich bin einfach... Ich bin stuck. Ich bin stuck. Ich kann nicht aufhören. Es ist okay. Clem, schau mal, wir werden etwas herausfinden. Nach dir! Oh, verdammt. Zieh'n raus! Pass auf, oder? Mein Hammer! Oh, einer spart mir. Komm schon! Ich gebe einen Chops vorhin. So muss das sein. Ah! 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 Yeah! Ah! Ah! Thanks, Clem! Macht schon Schmack! Let's keep going! Ah! Ah! You see him? Cool. Ja. Just play it cool. And you do the talking. What? Why me? I don't wanna get in a fight. You really think he chewed a little girl? Just don't make any sudden moves. And don't piss him off. And don't tell him anything. Is he with Carver? It's hard to see. Ja, ist schon ein Papageier oder was? Ja, ist schon ein Papageier oder was, aber du wissen, wie es hier ist. Du bist ein Papageier. Du bist ein Papageier. Du bist ein Papageier, wie alle anderen? Alle anderen? Ich sehe mindestens eine Gruppe ein paar Tage hier durch. Sie sehen alle das gleiche. Hast du jemanden von Krista gesehen? Krista? Vielleicht. Wirklich? Nein, ich meine, viele Leute kommen hier durch. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, ihr zwei sieht wie sch***. Wenn ihr Essen braucht, habe ich ein paar Kanten in der Station. Na, das ist sehr nett von dir. Was ist das? Keine 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 Keine. Ich habe viel. Okay, dann. Danke. Danke. Hey, kein Problem. Nice running into friendly faces out here. Like I said, I've got food and supplies back in the station. And if you... want... What the fuck, man? What the hell is he doing? No, 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 he's with us. Nick! No! Put it down! No! 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 Hmm... Der Nick der Idiot! Did I hit him? Where is he? I told you not to shoot. What? Who was that guy? Why didn't you wait for a signal? Why did you shoot? He pointed a gun at me. Damn it, Nick. I told you not to shoot. How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot. That shot rang out from miles. We gotta get off this bridge. Let's go. Pff. Pff. Ah, die anderen sind jetzt auch zufällig da, oder? Okay. Wie man's nimmt. Who the fuck was that back there? I don't know. Looked like he had a gun on you. That asshole drew on me. He was about to shoot. Oh, was he? I'm telling you, man. He drew first. That's not what it looked like to me. Shut up, Nick. What did you see, Clem? Was that guy gonna shoot? Fuck you, Luke. You've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? He wasn't gonna do anything. I know what I saw. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't- Don't fucking talk about him. You think he was with Carver? I don't know. I... No. I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Look, can I talk to you alone? Ooh, secrets. Yeah, this Mick, he's so angry, but he's not crazy. That's the next one. Hey, Clem, you got anything to eat? Bex's dying here. Alvin, I told you, I'm fine. Sorry, I'm out. Wish we still had those juice boxes. Yeah, me too. That man said he had food in the station. Mind checking it out? Maybe we could spend the night here. A little small for us, though. You could use a little downsizing. Sure. Thanks, Clem. Mit dem rede ich erst gar nicht. Okay. Give me that info. Okay, I'll have fire. I don't know anything about it. It's dead. Hallo? Mitnehmen! Feels pretty good Guess he did have food Man, fuck Nick Nick's lost a lot of his people, that's for sure But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers He's out of control That's what I'm saying He keeps on like that, he's gonna get one of us killed I mean, you ever know anyone to do a thing like that? I don't want to talk about it That's funny She looks just like you Hey, Clem, there's not a lot of food here and Rebecca Well, she's eating for two You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I'd never go against the group I won't lie for you I'm sorry, I shouldn't have put you in that position It's a shame Nick was a good guy, he's still a good guy He's just losing it God knows, we're not perfect Hell, I'm glad you're with us, Clementine The hell is that? Walkers We got a problem here Yeah, we saw it Alright, we're heading up I'm just looking for the duckling Because I have to shoot the ground I have to shoot the ground I'll check round front I'll go with you Well, it'd be good to know if anybody's actually back there Could probably get a better view from up top You'd have an easier time getting up there You feel like taking a look? It'd be just like climbing a treehouse Yeah, just a really tall treehouse I had a treehouse once Well, there you go I hated it Oh Ich habe es gehasst auf den Baum zu klettern Just take it slow And I'll catch you if you fall Probably Probably Got a good grip? Yeah When I was a kid We used to jump rooftops downtown Now that was fun That sounds stupid Yeah Yeah, it was Yeah, it was The trick was not to look down though Oh, oh, oh You're fine You're fine Just look at me, okay? You're fine Alright, just slow down Just for a second, okay? You look like an idiot Just climb the thing Good gemacht Right forward Made it You see anything? I can see the bridge It's really dark It's the hip It's the dark Wait, I see something What is it? A light Wait, there's another Luke 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 Der rennt jetzt einfach weg und wenn ich jetzt runterfalle, der fängt nicht an. Batman! Kenny! Wooo! Natürlich wird er auch armt, hallo? Ich nehme das als Ja. Diese Leute mit dir? Wir können innen sprechen. Great, ich habe nur Abend angefangen. Ja. Are you sure you don't mind? It's gonna storm soon. Please, come in. Kenny lived! Wooo! Wooo! Kenny lived! Kenny lived! So is to share. Kenny and Sarita have been staying with us for several weeks. Used to be a ski lodge, obviously, so we have plenty of food. And, uh, believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. We tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. What's funny? Oh, nothing, Walt. Walter here is one smart sumbitch. Makes a mean can of beans, too. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Please, make yourselves at home. You can leave your things over there. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. You're our guests here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down, then. Kenny? Will you vouch for these people, Clem? If you tell me they're good, then I'm good. Us. You were the one waving a gun around, man. We're cool, okay? Hey. Hey, we're cool. We're cool. I can't speak for everyone. Beck, it's their home. We're not going to find another place like this tonight. Dad, look! A Christmas tree! Not now, Sarah. Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. Yeah. So is this. Good. If you'll all follow me, I'll show you where you can sleep. Cool. Aber ich finde es jetzt cool, dass der Kenny doch lebt. Also der hat wohl den ersten Teil bei mir gesehen, aber sie hat ja gesehen, dass der da in dieses Dach reingeht. Aber ich weiß nicht, dass er mir so ist, dass er mir so ist. Ich wusste, ich wusste, dass er es wäre. Der Mann hatte ein Feuer in ihm, sicher als Scheiße. Der Scheiße. Lee und ich hatten unsere Unterschiede, das ist sicher. Aber wenn mein Sohn... Er hat mir geholfen, dass er das richtig gemacht hat. Ich werde das nie vergessen. Also, woher warst du? Ich war mit Krista und Omid. Omid? Na ja... Krista und ich waren zusammen für einen Moment. Aber diese Leute haben uns geholfen. Sie ist weg. Es ist so, dass es dir nicht einfach ist. Entschuldigung, darling. Ich wünsche dir, dass ich dich besser gefunden habe. Wo bist du? Oh, hell. All over, nach Savannah. How did you get out of there? Krista got in a hell of a mess. Ich gave her a hand, und dann wird es besser geworden. Für einen Moment, da war es nicht so gut für old Kenny. Es ist so gut. Auf die Zeit, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich habe ein lange Zeit allein, nachdem ich das. Es war... Und dann habe ich mit Sarita. Dank Gott. Ich bin glücklich. Es ist toll, dass du wieder zurückkommst. Sie sind alle zusammen? Clem? Das ist meine Frau, Sarita. Sie ist nicht schön? Schön, dass du dich kennst, Clementine. Hey, Walt. Wo ist Matthew? Er ist noch da draußen? Natürlich ist er. Na ja, ich beginne. Carlos, richtig? Wenn ich dich für ein Geist? Hast du eine Mission? Bleib in der Zeit, sweetie. Können wir etwasen, um zu helfen? Ich könnte eine Hand außen benutzen. Wir haben viele Arten, bevor es die Störm entdeckt. Klar. Clem, warum kannst du mit dem Essen helfen? Natürlich Spitzenkoch... hallo, hallo. Ich weiß, wie kochen geht. Also mit Pizza da oben schieben kann ich auch. Clementine? Bist du genug rein? Ja, danke. Vielen Dank. Excellent. Willst du mir helfen? So, wie kennst du Kenny? Er und Sarita haben wir eine große Hilfe gemacht. Matthew und ich nicht wussten, was hier zu machen. Wir sind alten Freunde. Ich kenn ihn nachdem, als es passiert. Als er mit Lee? Ja, er hat uns nur ein wenig gesagt gesagt. Er hat uns mit Menschen sehr wichtig. Ich weiß nicht, was ich ohne Matthew zu tun. Gott, du erinnerst mich an meine Studenten. Ich kann nicht vorstellen, was es ist, in der Mitte dieser Sache zu sein. Ich habe gut gesteckt. Jetzt, du wirklich klingt wie eine meiner Studenten. Und du klingt wie ein Lehrer. Ich nehme das als Kompliment. Danke. Ja. Hm. Almost fertig. Wird du mir die Ehre für den ersten Kurs, Madame? Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Nein, es sieht gut aus. Als Artikel, es gibt nichts mehr als eine Freundschaft. Die Dose hatten wir doch vorhin auch unten an dem Haus. Das ist bestimmt der Burner. Die CD ist der Hit. Jetzt hört er die Musik her. Kommt überhaupt nichts. Mal mit Sarah quatschen. Mal mit Sarah wieder. Also ist er. Ja. Aber du musst dich sehr glücklich sein. Er hat nichts gesagt vor dem vorher? Nein. Er hat nichts gesagt vor dem vorher. Oh. Alles braucht ein bisschen kockier. Perfekt. Jetzt brauchen wir die Topper. Wir haben immer einen Engel drauf. Meine Familie hat nicht Weihnachtsmus. Aber ich liebe die Decorations. Find a tree Topper. Find a tree Topper. Ich sehe die Lichter. Welche Weise gehen? In den woods. Wir können keine Chance nehmen. Wir bleiben am dawn. Aber wir sind hier sicher für heute, richtig? Clementine, du sprachst mit dem Mann Walter, richtig? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Du sagst ihm nichts über uns, hast du? Wir müssen uns bemerken. Wir müssen uns bemerken. Er hat jemand anderes erwähnt. Wer hat jemand anderes erwähnt? Wer? Sein Freund. Sein Name ist Matthew. Ich weiß nicht, was dieser Mann sagte. Wir stehen hier heute Abend. Ich sage jetzt mal einen Reiter, beziehungsweise Kenny und eine Daher. Wir lauschen. Was ist falsch? Ich brauche nur etwas, um zu trinken. Du hast es. Ich bin gleich zurück. Klatschen mit dem Engel drauf, dass sie zufrieden ist. Ich meine Ahnung. Eái Mannes! Es sieht ganz cool aus. Sie sieht sehr cool aus. Sie liebendlich. Ich liebte dieses Jahr. Ich fand's, now dass deine Freunde hier sind, diese Ranchi wird zerstattet wie ein reales Haus. Matthew und Walter sind jetzt riesig. Honestly, es gefährlich sein, aber sie können nicht beimut sein. Stop it. Wait until you meet Matthew. He's a real character. Where is Matthew? Oh, he likes to go on long walks. He and Walter used to vacation here. He should be back soon. Clem, I wanted to ask you, does Kenny seem different to you? I didn't know him before, and, well, I'm curious. He has good days and bad days like everyone else. He does seem different than I remember. In what way? I'm not sure. Well, you three have been busy. Kenny, isn't it great? I got it. I think I can manage, Ken. I said I got it. Always has to play the gentleman. But I'll tell you, when I met him, he couldn't lift a fly. Why don't you go see if your friends are ready for dinner, Clementine? Dinner! Wo ist die Glocke? Ich will sie leiten lassen. Glocken leiten lassen. Merk! 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 wo soll ich denn hin ich verstehe gar nicht genau da komme ich nicht nach oben wieder zu da nicht hör uns du 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 I'm walking Ich weiß nicht, es ist gut. Ich habe mich ein bisschen krank. Ich kann mich nicht selbst ausziehen. Wie soll ich ein Kind gegründen? Ich meine, wie kann jeder jetzt? Ich denke, es ist möglich. Wie wissen Sie? Nun ist ich hier. Ich weiß nicht, was ich hier bin. Ja. Wenn er es nicht sein wird, dann wird er mich tönt. Ich weiß nicht was, was ich tun. Ich kann nicht glauben, dass ich eine kleine Mädchen für ein Hinweis habe. Er wird nicht tönt. Da ist mein Mann. Du bist okay, Baby? Ich bin gut, du big Dope. Ich muss nur ein Essen bekommen. Danke, dass du mit ihr bist, Clem. Na gut, alle? Dinner ist gefeiert. Komm mal, wir essen. Du bist okay, Mann? Ja, ich habe nur... Ich wünschte, dass ich diese Träger nicht erinnert habe. Ich versuche, dass du es vergessen hast. Genau hier, Clem! Das ist eine schwierige Entscheidung. Zu Luke? Und dann zu Kenny. Kenny! Kenny! Das ist wahrscheinlich Luke. So, Clem. Wir haben gerade gesprochen. Was ist das Problem mit dem Kind? Und was ist der Name? Luke? Er ist in charge? Du信 ihn? Kannst du ihn? Kenny, bitte. Sarita, wir wissen diese Leute nicht. Sie sind schön. Ich mag ihn. Er ist ein guter Mann. Du信 ihn mit deinem Leben? Ich glaube so. Er ist ein guter Mann. Ich muss das Angst nehmen, Das geht nicht mehr. Sie gehen morgen, und du kannst hier bleiben. Absolut. Lieb, du bleiben mit uns so lange, wie du willst. Sie bleiben für gut. Ich bin leid. Natürlich, du bist. Du musst nicht mehr gehen, Frau. Hey, da. Hey. Ich hoffe, du magst das Essen. Oh, es ist... es ist toll, danke. Beaches und Beans. Great für Nutrition. Nicht zu groß auf der Weg raus, ich sag dir. So, es ist Luke und Nick. Luke und Nick. Sie sind doch sicher wie ein Match. Was ist das supposed to mean? Ich sage nur, du bist wie gute Freunde. Das ist alles. So, was war dein Plan hier? Für den Winter? Eigentlich, wir wollten weitergehen. Somewhere nach Nord. Habt ihr gehört von einem Ort, wie Wellington? Wellington? Was ist das? Ein Ort. Ja. Krista und ich sind da. Es ist ein großes Camp, nach Michigan. Michigan? Hast du ein Problem zu hören, kid? Ja, Michigan. Ja. Schau mal an. Wetter, viel Land, und kaltes Winter, so die Walken werden schlafen. Das klingt wie blöde. Ja. Hör, Vanilla Ice. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber du bist eher willkommen in der Früh. Na, ich bin einfach mit mir. Was ist das Problem mit diesen Leuten, Clem? Hey, mach dich, buddy. Es ist okay, Nick. Wir sind nicht. Sie sind. Was? Entschuldigung? Du hörst mich. Du hörst mich. Luke, hörst du ihn. Ich habe ihn, aber... Kenny ist mein Freund. Gentlemen, bitte. Es gibt nichts dafür. Es gibt nichts dafür. Wir haben alle lange Zeit. Bitte essen. Bitte essen. 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 Essen… Essen. Entschuldigung. Ich war ein Lehrer, und ich erinnere mich, dass es sich in der Mitte von zwei Klicks verletzt wird. Ich glaube, dass sie bald ein Grund finden werden. Es kann ein wenig Zeit nehmen, aber das ist wie diese Dinge funktionieren. Alles wird gut. Pfff. Trudlich. Beziehungsweise sind wie eine Maschine. Du kannst sie nicht raus, wenn sie zerbrechen. Du kannst deine Hände schrauben, und du kannst die Rücken. Was sagst du? Willst du mir helfen? Die beiden müssen uns unsere Faktionen für den gemeinsamen Gooden unifizieren. Wie Churchill und Roosevelt. Sie sagen, dass der Welt vorbei ist, aber ich werde dir einen secret. Es ist nicht. Die Menschen sind jetzt mehr politiker als sie früher waren. Im Ende, wir können nicht die Welt verändern. All wir können machen, ist es weiter lernen von uns. Wir empfehlen und benutzen unsere Hände. All war ist ein Symptom von mann zu verlieren als ein Anwander zu denken. Steinbeck. Hast du ihn gelesen? Wir haben viel Zeit, um dich aufzunehmen. Mein Partner, Matthew, ist amassungsvolle die Literatur. Ich denke, dass du ihn magst. In jedem Fall, das Problem ist, als wir unsere Wits haben über uns, wir können immer die richtige Wahl machen. Ja? Es ist immer so einfach. Was ist das Problem, Clementine? Ist es etwas, du willst mir sagen? Du kannst mit mir sprechen, Clem. Es ist fast nichts, du kannst mir sagen, das würde mich überraschieren. Ich kann dir das. Ich bin nur Angst, dass die Leute uns überraschieren. Du bist jetzt sicher. Keine Angst. Matthew wird bald wieder zurück. Und alles wird gut. Hey, Kinder. Was sind die beiden? Oh, politik. Was ist das? Oh, politik. Ich bin aus Florida, ich denke, dass du alles über politik, Kenney. Ich weiß, dass du eine gewisse Anwanderung im Apokalysen nicht mit dem Thema. Ich wollte nur die Fenster nach hinten bis die Wärme aufstehen. Dir die Hand? Ja. Bitte. Bitte. Hast du ein Essen? Bist du okay? Ich habe die Haus, und ich habe eine Familie. Wir sterben. Wir leben da unten. Natürlich. Warum kommst du in, Frau? Das ist... Bonnie. Walt, ich weiß nicht. Du wirst sie einfach in, wie das? Es ist okay, Kenny. Wir wissen nicht diese Frau. Dann müssen wir sie kennen. Genau, Clem? Walt. Wie viel Schmerz kann diese Frau schmerzen? Die Schmerzen für die Schmerzen. Ja. Danke. Wirklich, aber diese Schmerzen wird bald auf uns. Und ich muss zurückkommen mit meiner Familie. Ich bringe etwas zu dir, dann. Du musst nicht so machen. Nein, nein, es ist okay. Bist du... Bist du, Bony? Wir haben ein bisschen. Du steckst mit dir, ich will zurück. Ich bin wieder zurück. Bonny. 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 Ich habe eine kleine Frau wie du. Wie alt bist, liebe Garten? Ich bin 11. Ich würde mich noch alt als so. Ich vertraue da nicht. Move in, Roar. Geh ins Bett und geh ins Bett. Walt und ich müssen für einen Moment sprechen. Aber Leute, wie ihr schon bemerkt habt, ich muss die Feuerwehr jetzt wirklich länger machen. Ich bin gerade voll fasziniert vom Spiel. Ich bin gerade voll spannend und so. Okay, ich muss euch etwas erzählen. Der Mann auf der Brücke war Walter's Freund. Super. Ich wusste, dass etwas weg ist, also ich fragte Sarita über ihre Freundin. Ich weiß, er war. Für sicher. Verdammt! Verdammt, Nick! Ich glaube, Walter weiß noch nicht. Wir müssen uns das ruhig halten. Ich meine, wer weiß, was er hätte tun, wenn er herauskommt. Wir müssen ihm sagen. Er wird gefragt, wer hat das gemacht. Und du sagst ihm. Es ist die richtige Sache zu tun. Es ist die richtige Sache zu tun. Es ist die richtige Sache zu tun, denn das wird passieren. Es ist die richtige Sache zu tun, denn das wird passieren. Jetzt, wenn du, äh... Du hast noch diesen Knife? Denn wenn es Matthews und Walter sieht es, er wird zwei und zwei zusammen. Es ist mit den anderen Weaponsen. Okay. Geh raus. Ich finde Walter und rune Interferenz. Oh. Und, äh... Keep an eye out für Nick. Ich bin hier. Was geht? Oh. Äh... Es ist nichts. Man, ich wollte nur... Checker und sehen, ob du okay bist. Wir müssen dir etwas erzählen. Hey, wenn es etwas passiert ist, ich will wissen. Nein. Geh zurück nach dem Bett, Nick. Wir werden jetzt mal sehen, wie du darauf reagierst. Oh, Jesus. Oh, Gott. Gott dammit. Hey, Nick. Shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it. It's over. I have to tell him, Luke. What? No. Hey, Nick. You cannot do that. Are you fucking nuts? I got to. I can't live with that on me. Okay, I hear you, but fuck. I mean, fuck, man. Do you know what he's gonna do? You should tell him. Yeah. Yeah. Nick, I'm warning you. This is fucking suicide. I'll live with it. Jesus Christ. Jesus. I can't handle this. Look, Clem. Just go do that thing. Alright? Wir reiten uns immer mehr und mehr in die Scheiße da rein, du. Mein Rucksack ist schon offen. Er hat's in der Hand. Scheiße. 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 Ich hoffe, der flippt jetzt nicht aus, ey. Sorry. Was it that kid? What's his name? Uh, Nick? Heard him talking earlier or something about shooting a man. I could see it. I could see it on his face. Wasn't sure then. But now? It was us. It was our fault. Jesus. I, uh... I don't feel good. Nick shot him. Is, uh... Is Nick a good man? Or is he just like everyone else? Is he just one of those, uh... Those fuckers that don't give a shit about anyone but themselves? He's... He's like everyone else. He was always going out alone. I told him something like this would happen, but he wouldn't listen. No, Matt always knew best. What's going on? You need to get out of here. This world is hell. People like Matthew aren't coming back. This is it. And now he's gone. What did you do? Did you hurt him? Did you hurt Matthew? He hit him in the mouth. I didn't do anything. I didn't do anything. It's all the food. Walt! What's going on? What's going on? What's going on? The storm's got it spinning out of control. That sound's gonna draw walkers. We gotta shut it down now. Nick, help me. Carry the guns. Guns? That thing's a damn dinner bell. Das ist ein Elektriker oder was? 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 Okay, wir werden auf deine Brüche. Nick, die Bäume mit mir. Oh. 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 Schlüssel. Boah, wie schnell es zum Stillstand kommt. Ja, super. 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 Das ist geil. Wir haben nicht viel Ammunition. Super. Wir müssen zurück zum Lodge gehen. Sie sind hinter uns. Warum? Ach, lauf doch. Neck mal. Oh. 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 Die Waffe da hinten und zwar einfach auf die Klage. Beziehungsweise damit er auf die Luft geschwächt. Oh. 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 Irgendwie habe ich gerade Frame-Einbrüche. Hilfe! Hilfe! Dankeschön Carlos! Was geht der? Hallo? Ja! Push it! Push it! Push it! Ja! 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 Ich bin mir mal, ich bin so. Das ist so... Ich bin so... Willst du mich helfen? Willst du mich helfen? Willst du mich helfen? Komm schon! Wo ist Nick? Ich weiß nicht. Hast du ihn nicht gesehen? Clem! Clem, geh rein! Geh! Clementine, bist du okay? Was schön gewesen? Was schön gewesen? Ah ne, Bonnie ist auch dabei, diese... Die Tuss war vorhin da, aber die hat da noch gelogen. Wo ist Rebecca? Carver. Es ist schön, dich zu sehen. Dad! Sarah! Inseid. Luke, ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. Das ist dein Vater. Sieh das nicht. Die Kinder. Die Kinder! Ja... Die übernehmen jetzt hier komplett alles oder was? Wo ist Kenny? Kenny ist doch noch draus mit Luke. Okay. Oh! 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 Ich will gar nicht wissen, wie es drin in der Welt geht, äh... bricht dem die Finger, als wäre es nix... Boah! Widerlich! Was? Clem! Goddammit, Stark. Can't see a fucking thing. Ah! 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 Hell, ich weiß nicht. Er war ein bisschen was oder andere, also habe ich gesagt, ihn zu gehen. Fuck you, Bill. Sie haben alle. Wer sind diese Leute? Können wir sie nehmen? Ich habe ein ziemlich klarer Schuss auf den 1. Ein bisschen nach links. Du scheiße. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir ihn finden, Luke. Got'em. WALT! Oh mein Gott. Das ist für unsere Mann. Ich wollte das nicht machen. Aber du hast mir keine Wahl. Also, hier ist was wird passieren. Ich werde einen anderen von deinen Freunden fahren. Und ich werde eine Bühne in die Hände legen. Oder du kannst jetzt aufhören. Das ist deine Wahl. Motherfucker. Kiinni! Oh Gott! Hallo! Ich bin hier! Bill, nein! Ich bin hier! Wir können hier bleiben! Ich bin hier! Kenni, nicht! Ich bin hier! Alvin! Damn, das ist ein schweres Schuss. Was denkst du? Clam! Shoot ihn! Ich... Alvin! Alvin! Rebekah, nicht schau, Rebekah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann das ganze Nacht halten! Sarita! Wir kommen raus! Wir gehen! Wo ist Luke? Endlich geht's und geht's, hm? Warum bin ich nicht überrascht? Ich versuchte dich. Ich versuchte dich nicht zu folgen. Und schau dir, wo er dich hat. Aber du bist sicher. Wir gehen nach Hause. Wie eine Familie. Nie! Nein! Ich bin auf dem bin! Alles klar! Wir kommen auf dem Camp. Gehen wir nach Hause zurück. Fuck. Scheiße. Das ärgert mich jetzt richtig. Well, I ain't going out like that. Not without a fight. Yeah, I know. The folks are sore over what happened. But let's remember, these are our brothers and sisters and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. That don't mean we can't find it in our hearts to forgive them. No one full well. Those who choose not to accept our love will surely wish that they had. A storm is on the way. Boah, da geht's auch voll ab, Leute. Da geht's auch voll ab. So. I took blame for their photos. I'll sit with dinner. Ah, klar. Mehrheit für Kenny. Why I want to die Wahrheit gesagt. Oh. I'm left fine, aber klar. Okay, Leute. Aber das war der Part. Er ist jetzt echt länger geworden, als ich eigentlich wollte. Aber... Nun gut. Ich hoffe trotzdem, er hat euch gefallen. Ich hoffe auch, ihr habt mich jetzt besser gehört. Ja. Und sagt einfach mal... Ja. Bis im nächsten Part von Walking Dead. Ciao. 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 Ciao.